Die Regisseurin von dem Film Ilaha, wir haben soeben die frohe Botschaft erhalten, dass wir den Publikumspreis gewonnen haben. Dafür sage ich erstmal vielen, vielen Dank. Was dieser Preis für Filmschaffende bedeutet, muss ich glaube ich gar nicht ausführen. Es ist wundervoll, es ist toll, diese Anerkennung zu erhalten. Vor allem haben wir vor vier Jahren begonnen mit dem Ziel, von Menschen zu erzählen und Geschichten zu erzählen, die in der Film- und Fernsehlandschaft nach wie vor unterrepräsentiert sind. Und mit so einem Preis wissen wir, dass wir auf dem richtigen Weg sind, dass es Menschen gibt, die Lust drauf haben, dass ihr Lust drauf habt. In diesem Sinne sage ich vielen, vielen Dank, schicke euch liebe Grüße und auf bald. Tschüss.